Haben Sie sich jemals gefragt, wie der tiefe Staat und die Korruption die Landschaft der deutschen Politik auf subtile, aber entscheidende Weise geprägt haben? Wenn ja, dann sind Sie hier richtig. Heute reisen wir durch das komplizierte Labyrinth der deutschen Politik, in den das Gespenst der Korruption und das Gespenst der Deindustrialisierung im Schatten lauern. Die Geschichte beginnt in der Nachkriegszeit. Eine Zeit, in der Deutschland sich aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs erhob und der Diebstät seine Nische im politischen Rahmen eroberte. Der Diebstät, ein Begriff, der sich auf ein Netzwerk von Einzelpersonen und Institutionen bezieht, die außerhalb der demokratisch gewählten Regierung operieren, begann seinen Einfluss auszuüben. In dieser Zeit wurden die ersten Samen der Korruption auf subtile Weise in das System gesät. Gehen wir in die 1960er und 70er Jahre. Die deutsche Wirtschaft florierte, und es schien, als stünde das Land am Rande eines goldenen Zeithalters. Doch unter der Oberfläche breiteten sich die Wurzeln der Korruption aus und verwickelten das gesamte Gefüge der deutschen Politik. Der Höhepunkt kam in den 1980er Jahren. Der amerikanische tiefe Staat, der nun fest in der deutschen politischen Struktur verankert war, begann, seinen Einfluss offener auszuüben. Das Ergebnis war eine Welle der Inflation, Korruption und Deindustrialisierung, die die Nation erschütterten und die Fäulnis innerhalb des Systems ans Licht brachten. Haben Sie sich jemals gefragt, ob das CO2-Narrativ eine Fassade zur Deindustrialisierung Deutschlands ist? In den letzten Jahren ist das CO2-Narrativ in den Mittelpunkt globaler Diskussionen gerückt. Es handelt sich um eine Geschichte des vom Menschen verursachten Klimawandels, der durch übermäßige Kohlendioxidemissionen verursacht wird. Dieses Narrativ wurde von vielen bei der Gestaltung von Richtlinien und bei der Beeinflussung von Entscheidungen übernommen. Doch immer mehr skeptische Wissenschaftler stellen ihre Gültigkeit und Implikationen in Frage. Im Zentrum dieses Strukturwandels steht Deutschland, eine Nation, die für ihre industrielle Leistungsfähigkeit bekannt ist. Das Land hat, angetrieben durch das CO2-Narrativ, einen stetigen Übergang zu erneuerbaren Energien vollzogen. Einige argumentieren jedoch, dass es dabei weniger um die Rettung des Planeten, als vielmehr um die Deindustrialisierung Deutschlands geht. Die Industrialisierung, der Niedergang des verarbeitenden Gewerbes und des Industriesektors, wird oft als natürlicher Fortschritt hin zu einer dienstleistungsbasierten Wirtschaft angesehen. Aber was ist, wenn es sich nicht nur um eine wirtschaftliche Entwicklung handelt, sondern um eine bewusste Strategie, die durch das CO2-Narrativ verstärkt wird? Sind die möglichen wirtschaftlichen und sozialen Folgen fremdgesteuert? Der Industriesektor ist seit langem das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, bietet Arbeitsplätze und schrägt erheblich zum BP des Landes bei. Sein Niedergang könnte zu Arbeitsplatzverlusten, wirtschaftlicher Instabilität und sozialen Unruhen führen. Darüber hinaus könnte die Deindustrialisierung die Position Deutschlands auf der Weltbühne schwächen. Der Industriesektor des Landes ist ein wichtiger Akteur in globalen Lieferketten und seine Produkte sind weltweit für ihre Qualität und Innovation bekannt. Eine Einschränkung dieses Sektors könnte den Einfluss und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands beeinträchtigen. Dennoch treibt das CO2-Narrativ weiterhin den Vorstoß hin zu erneuerbaren Energien voran, und viele sehen darin die einzig gangbare Lösung zur Eindämmung des menschengemachten Klimawandels. Skeptiker warnen jedoch vor einem Bindensprung in die erneuerbaren Energien und verweisen auf mögliche Herausforderungen und die hohen Kosten eines solchen Übergangs. Wir stehen also vor einem Rätsel, einerseits gibt es das weithin akzeptierte CO2-Narrativ, das uns in eine sauberere, grünere Zukunft trägt. Auf der anderen Seite besteht das Risiko einer Deindustrialisierung und ihrer möglichen Folgen. Aber was ist, wenn hinter dieser Geschichte noch mehr steckt? Was wäre, wenn erneuerbare Energien als Lösung angepriesen würden, und tatsächlich eigene Herausforderungen mit sich bringen würden? Erneuerbare Energie, Hoffnungsträger oder kostspielige Illusion Lassen Sie uns in die finanziellen Auswirkungen erneuerbare Energien eintauchen, und die Kosten von Wind- und Solarenergie mit denen traditioneller Energiequellen vergleichen. Wenn wir an erneuerbare Energien denken, stellen wir uns oft eine Welt vor, die von Sonne und Wind angetrieben wird, und in der Kraftwerke und Gasfresser der Vergangenheit angehören. Allerdings wird diese Vision nicht der Realität gerecht, die mit erneuerbaren Energien einhergeht. Beginnen wir mit den Herstellungskosten. Augenscheinlich sind die Kosten für die Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie gesunken, sodass sie in vielen Bereichen mit fossilen Brennstoffen konkurrenzfähig sind. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die anfänglichen Einrichtungskosten für erneuerbare Energiequellen sind deutlich höher als für herkömmliche Kraftwerke. Dies liegt an der teuren und komplexen Technologie, die zur Nutzung von Wind- und Solarenergie erforderlich ist. Und dann sind da die versteckten Kosten. Um diese neuen Energiequellen nutzen zu können, sind Infrastrukturverbesserungen erforderlich. Dies umfasst alles vom Bau neuer Stromleitungen bis hin zur Modernisierung des Stromnetzes und die Speicherung der Überkapazitäten, um die schwankende Natur der erneuerbaren Energien zu bewältigen. Und vergessen wir nicht die Wartung, Windkraftanlagen und Solarmodule erfordern regelmäßige Wartung, und der Austausch von Teilen kann teuer sein. Diese Kosten summieren sich im Laufe der Zeit und werden bei der anfänglichen Kostenanalyse oft übersehen. Zuverlässigkeit ist ein weiterer Faktor, der nicht ignoriert werden darf. Im Gegensatz zu Kohle oder Erdgas, die gespeichert und bei Bedarf genutzt werden können, sind Wind- und Solarenergie vom Wetter abhängig. Wind- und Sonnenenergie sind wetterabhängig. Wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, sinkt die Energieproduktion. Das bedeutet, dass wir weiterhin traditionelle Kraftwerke als Backup benötigen. Zu den Gesamtkosten tragen schließlich noch die Umweltkosten bei. Obwohl erneuerbare Energiequellen weniger Kohlendioxid produzieren, haben sie dennoch Auswirkungen auf die Umwelt. Die Herstellung von Solarpanelen und Windkraftanlagen ist sehr CO2-intensiv und erfordert den Abbau seltener Erdmetalle, die für Ökosysteme schädlich sein können. Wie wir sehen, sind erneuerbare Energien nicht so einfach oder erschwinglich, wie es zunächst scheint. Windenergie wird oft als umweltfreundliche Lösung angesehen, aber zu welchen Kosten für unsere Umwelt und unsere Gemeinden? Wenn wir an Windenergie denken, stellen wir uns hoch aufragende Turbinen vor, die sich anmutig im Wind drehen und die Kraft der Natur nutzen, um unsere Häuser in Städten zu beleuchten. Aber wie jede Münze hat Windenergie eine Kehrseite. Werfen wir einen Blick auf die Landnutzung. Windparks erfordern große Geländeflächen, das hat nicht nur Auswirkungen auf die Landschaft, sondern auch auf die darin gedeihenden Ökosysteme. Nicht selten werden Wälder abgeholzt, um Platz für Windkraftanlagen zu schaffen. Eine Praxis, die unseren weltweiten Bemühungen zur Erhaltung und Erweiterung unserer Grünfläche direkt widerspricht. Hinzu kommt die Lärmbelästigung, denn diese rotierenden Blätter sind nicht so leise, wie Sie vielleicht denken. Das ständige Brummen und Rauschen kann bis zu 60 Dezibel erreichen, vergleichbar mit dem Geräuschspiegel in einem geschäftigen Büro. Dies kann für die Gemeinden, die in unmittelbarer Nähe von Windparks leben, eine echte gesundheitliche Belastung sein. Apropos lokale Gemeinschaften, sie tragen oft die Hauptlast dieser Projekte. Häuser im Schatten riesiger Turbinen, veränderte Landschaften und ein gestörtes, ruhiges Landleben. Oft werden wirtschaftliche Vorteile versprochen, die jedoch nicht immer eintreten. Arbeitsplätze können vorübergehend sein und der Wohlstand dringt nicht immer auf die lokale Ebene durch. Jetzt wollen wir an unsere gefiederten Freunde denken. Windkraftanlagen können eine echte Gefahr für Vögel und Fledermäuse darstellen. Die Flügel erzeugen einen Wirbel, der diese Kreaturen anziehen kann, was zu einer hohen Todesrate führt. Diese Auswirkungen auf die Tierwelt stellen ein erhebliches Umweltproblem dar, über das nicht oft gesprochen wird. Die Entsorgung von Windkraftanlagen stellt eine weitere Herausforderung dar, da die Rotorblätter aus Verbundwerkstoffen bestehen, die nicht einfach recycelbar sind. Dies führt zu einem Abfallproblem, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, ebenso wissen wir nicht, was mit dem Stahlbetonsockel gemacht werden kann, da er sich oft nicht zur Weiterverwendung eignet. Das sind die oft übersehenen Folgen der Windenergie, die sich hinter dem grünen Label verbergen. Für uns ist es wichtig, diese Aspekte bei der Planung unserer Zukunft im Bereich der erneuerbaren Energien zu berücksichtigen. Wir müssen sicherstellen, dass dies für alle Aspekte unseres Planeten und unserer Gemeinschaften wirklich nachhaltig ist. Sind die hohen Kosten erneuerbarer Energien den Preiswert, den wir zahlen? Lassen Sie uns näher auf die wirtschaftliche Belastung eingehen, die erneuerbare Energien den Verbrauchern und der Wirtschaft auferlegen. Wenn wir den Schalter umlegen, wollen wir, dass die Lichter immer angehen. Aber wenn wir mit erneuerbarer Energie versorgt werden, ist dieser Komfort mit einem höheren Preis verbunden. Lassen Sie uns zunächst über unsere Stromrechnungen sprechen. Mit erneuerbaren Energien zahlen wir nicht nur für den Strom, den wir verbrauchen, sondern auch die Infrastruktur, die zur Erzeugung und Speicherung dieser Energie erforderlich ist. Solarpaneele, Wind- und Wasserturbinen sowie andere erneuerbare Energietechnologien sind teuer in der Herstellung, Installation und Wartung. Diese Kosten werden auf uns, die Verbraucher, übertragen, was zu höheren Energierechnungen führt. Aber die finanzielle Belastung hört hier nicht auf. Die Regierung greift ein, um die Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energien zu subventionieren, um diese gegenüber traditionellen Energiequellen wettbewerbsfähiger zu machen. Aber woher kommt dieses Geld? Nun ja, es wird von unseren Steuern abgezogen, sodass wir im Grunde zweimal zahlen. Einmal über unsere Stromrechnungen und jetzt noch einmal über unsere Steuergelder. Vergleichen wir dies mit den geringeren Kosten und der größeren Zuverlässigkeit herkömmlicher Energiequellen. Kohle, Erdgas und Kernkraft sind seit Jahrzehnten das Rückgrat unseres Energiesystems. Diese Quellen sind nicht nur kostengünstiger in der Herstellung, sondern sorgen auch für eine stetige und zuverlässige Energieversorgung. Ob Regen oder Sonnenschein, Wind oder Flaute, wir können uns trotzdem darauf verlassen, dass diese Quellen das Licht anhalten, sodass wir mit einem Paradoxon zurückbleiben. Auf der einen Seite haben wir erneuerbare Energien, die teuer und etwas unzuverlässig sind, auf der anderen Seite haben wir traditionelle Energiequellen, die billiger und zuverlässiger sind, aber mit Umweltbedenken verbunden sind. Die Bewältigung dieses Paradoxons ist keine leichte Aufgabe. Es erfordert eine sorgfältige Abwägung wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und ökologischer Überlegungen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Bedürfnisse und Zwänge der Verbraucher und der Wirtschaft. Es scheint, dass die hohen Kosten erneuerbarer Energien ihre Vorteile überwiegen, aber das ist eine Entscheidung, die wir alle gemeinsam treffen müssen. Das CO2-Narrativ greift hier jedenfalls nicht als Argument, da der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages bereits 2020 zu dem Schluss kam, dass die Auswirkung auf die globale Temperatur selbst bei einer Vervierfachung des Kohlendioxidgehalts vernachlässigbar sei. Die von den Grünen im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert verfochtene Politik der Partei, die von dem Wunsch nach einem Übergang zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Wirtschaft getrieben wurde, führte zu einem erheblichen Rückgang der Industrieproduktion. Obwohl dieser Wandel in seinen Absichten edel war, brachte er seine eigenen Herausforderungen mit sich. Der Verlust von Arbeitsplätzen nahm zu, der Sozialstaat zerfiel, und die Wirtschaft erlitt einen Einbruch, der einen Schatten auf die Zukunft des deutschen Industriesektors wirft. Heute sind die Auswirkungen dieser historischen Entwicklungen deutlich sichtbar. Der Diebstät durchdringt weiterhin die deutsche Politik und Korruptionsskandale wie Cum-Ex sind keine Seltenheit. Ist diese gezielte Deindustrialisierung und der Abbau des Sozialstaates ein Aufdruck der Fremdbestimmtheit der deutschen Einheitspolitik? Es ist eine komplexe Geschichte, den Anstieg von Korruption und die Industrialisierung in der deutschen Politik zusammenzufassen. Eine, die mit dem Einfluss des tiefen Staates der USA verflochten ist. Es ist eine Geschichte, die in der Nachkriegszeit mit dem Marshallplan beginnt, zur Wiedervereinigung ihren Höhepunkt erreicht und sich bis heute in der EU fortsetzt. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen sind weitreichend und wirken sich nicht nur auf die politische Landschaft, sondern auch auf das wirtschaftliche und soziale Gefüge des Landes aus. Bei unserer Reise durch das Labyrinth der deutschen Politik ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Gespenst der Korruption und die Industrialisierung immer noch im Schatten lauert. Ist das CO2-Narrativ also Realität, oder ist es ein Trick zur Deindustrialisierung durch eine kostspielige Umstellung auf erneuerbare Energien? Das ist die Frage, die wir gemeinsam untersucht haben. Wir haben uns mit dem Kern des C2-Narrativs befasst, einem Thema, das von erheblicher Skepsis geprägt ist. Wir haben die Vorstellung untersucht, dass dieses Narrativ ein strategischer Schritt in Richtung Deindustrialisierung sein könnte. Es handelt sich nicht um einen dringenden Aufruf, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, sondern um eine Theorie, die die Mainstream-Perspektive infrage stellt. Deshalb ist es wichtig, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Wir haben uns auch die Kosten und Auswirkungen erneuerbarer Energien speziell im deutschen Kontext genauer angesehen. Es ist kein Geheimnis, dass der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Wasser und Solarenergie mit hohen Kosten verbunden ist. Aber sind die langfristigen Vorteile dieser Anfangsinvestition wert? Diese Frage spaltet weiterhin die Meinungen und ist eine Debatte, an der wir uns alle beteiligen sollten. Darüber hinaus haben wir uns die möglichen Folgen der Deindustrialisierung in Deutschland als einem der Industriezentren Europas angesehen. Was würde dies für die Wirtschaft des Landes, seine Bevölkerung und seine Position auf der Weltbühne bedeuten? Es ist ein komplexes Thema, auf das es keine einfachen Antworten gibt, während wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede Erzählung, jede Theorie, jede Statistik, auf die wir stoßen, Teil eines viel größeren, komplexeren Passes ist. Die Energielandschaft entwickelt sich weiter und mit ihr auch unser Verständnis davon, worum es geht. Unser Ziel in dieser Reportage ist nicht, endgültige Antworten zu geben, sondern kritisches Denken und einen fundierten Dialog zu fördern. Es steht viel auf dem Spiel und die Entscheidungen, die wir heute treffen, werden unsere Welt für kommende Generationen prägen. Und wie wir gesehen haben, ist die Wahrheit oft komplexer als die Erzählung. Es ist von entscheidender Bedeutung, alle Seiten der Geschichte zu berücksichtigen, wenn es um unsere Energiezukunft geht. Denn letztendlich geht es nicht nur um die Energie, die wir verbrauchen, sondern um die Art, wie wir in Deutschland zukünftig leben wollen. Es ist eine Erwägung, die als ernüchternde Erinnerung an die Herausforderungen dient, die vor uns liegen. Über die Notwendigkeit von Transparenz, Rechenschaftspflicht und nachhaltiger Entwicklung im politischen Bereich. Wenn wir die Vergangenheit verstehen, können wir uns besser in der Gegenwart zurechtfinden und eine Zukunft gestalten, die frei von den Fesseln der Korruption und den Fallstricken der Deindustrialisierung ist. Eine Zukunft, in der die Stimme des Volkes oberste Priorität hat und der tiefe Staat, wie zum Beispiel das WEF, ein Relikt der Vergangenheit ist.